Musik Diese Freude, die diese Menschen dann ausstrahlen, das ist einfach schön. Einfach nicht schön. Ich bin so froh. Ich finde, mit so einer Kleinigkeit jemanden so eine große Freude zu bereiten, ist einfach Hammer und macht sehr viel Spaß. Musik Wenn man die strahlenden Leute sieht und die haben Spaß dabei und so, das ist einfach so eine positive Stimmung. Ich bin der Thomas, wer bist du? Also ich hatte vorhin so eine junge Dame mit einem Down-Syndrom im Auto sitzen, das war also absolut gigantisch. Die hatte die ganze Zeit die Arme in der Luft und ich schrie immer nur schneller, schneller und ich sage, wir können nicht mehr schneller fahren. Doch, wir müssen schneller. Ich stieg aus und jubelte und das ist also ganz toll. Musik Ich denke mal so als Helfer das erste Mal dabei. Eine absolut reibungslose Veranstaltung, hat super funktioniert. Wie ihr alle wisst, kann das Event ohne Spenden gar nicht existieren. Umso schöner ist es natürlich, dass wir dann heute so großartige Schecks hier übernehmen dürfen. Musik Für uns ist das ja eigentlich das alltägliche Geschäft, aber man kann das jetzt nachvollziehen, was das für Besonderes ist für die Teilnehmer hier und ja, da geht einem das Herz auf. Musik Gute Fahrt, viel Spaß! Danke! Musik Ich bin heute zum ersten Mal mit meiner Bewohnerin hier und es hat super viel Spaß gemacht. Es war echt cool. Musik Es war geil, gell? Ja, Oberhammer! Alles gut? Ja! Spaß gemacht? Super! Als Fazit des Tages ist es fantastisch gelaufen. Wir haben über 700 Menschen glücklich gemacht. Mal mit meiner Bewohnerin hier zusammen. Mal mit einer Jacke. Ich wollte es nicht mehr, weil sie nicht mehr liefen haben oder gar nicht. Und wenn du es nicht mehr ist, kann das vielleicht Sie nicht mehr tun? Ich habe immer wieder einen Teil. Ich habe viele Vorbeissen und meine Benten lassen. Jeder. Ich habe viel Spaß gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020